Was ist das ganz Besondere, auf dem Bauernhof zu wachsen, ist sicher, wir sind ein Haufen Kinder angewiesen. Inzer Lehm hat sich eigentlich allein in der Natura gespielt. Kannst du sagen, in der Früh sind wir gegangen, auf Nacht sind wir wieder nach Hause. Das ist schaltsammer schwer heim. Heimzeitag musst du fast mit den Kindern noch rausgehen ins Freie. Drei Jahre hast du wir alleine unterhalten, sei es mit den Nachbarskindern oder einfach, dass sie Freiheit gebraucht werden. Die Tiere gehen immer sicher, auch wenn es dem Vieh gut geht, dann geht es ihnen auch gut, weil ein Vieh kommt, das haben sie auch gezählt und es gibt Pflege für die Kleine auch und das gibt ihnen auch schon eine Genugtuung, dass du auf ein Lebewesen Verantwortung hast und auf den schauen kannst. www.fiernetag.de Wir sind ja natürlich mit dem Vieh gut. Aber auch ein Leben ist noch ein Leben als Mensch. Aber auch schon viel Leute, die ganze Kerlinien haben uns schon auch unbezogen. Ein Leben ist nicht immer. Und das ist ja sehr viel, was wir auch bei uns machen. Die 있으니까 haben uns nur einen Leben, dass wir uns litteratur und wirklich Blüten sind. Vielen Dank.